Eine Tastatur und eine Maus auf dem Schreibtisch waren gestern. Heute holen Sie sich mit dieser Mini-Funktastatur ein cleveres 2-in-1-Multitalent ins Haus. Hier ist die Mausfunktion bereits voll integriert. Durch die spezielle Oberflächenversiegelung fühlen sich die 88-Tasten angenehm an und werden auch bei der Reinigung mit Alkohol nicht angegriffen. Dank des integrierten Tracksticks kommen Sie völlig ohne Maus zurecht. Die beiden Buttons ersetzen die herkömmlichen Maustasten. Die Tastatur wird per Funk mit dem Rechner verbunden und erreicht eine Reichweite von bis zu 9 Metern. Sie lehnen sich einfach gemütlich zurück und können bequem mit der Tastatur auf dem Schoß arbeiten. Die Mini-Funktastatur mit voller Mausfunktion ist unverzichtbar für flexibles Arbeiten. Bestellen Sie gleich jetzt und machen Sie Ihren Arbeitsplatz zur kabelfreien Zone.